Und ich freue mich mit Christoph Biermann sprechen zu können. Er ist Chefredakteur vom Fußballmagazin. Freunde, guten Morgen, Herr Biermann. Guten Morgen. Die EM 2012 findet in zwei Ländern statt. Die Distanzen zwischen den einzelnen Stadien sind groß. Die Verkehrsinfrastruktur ist teilweise schlecht ausgebaut. Warum hat man sich in diesem Fall für zwei Gastgeber entschieden? Es ist ja schon das dritte Mal, dass eine Europameisterschaft in zwei Ländern stattfindet. Wir hatten vorher ja den Fall mit Holland und Belgien. Das war die erste Europameisterschaft 2000. 2008 waren es die Schweiz und Österreich. Das hat einfach was damit zu tun, dass wenn man nicht immer in den gleichen großen Fußballnationen, also in Italien, in Deutschland, in Spanien oder in England, die Turniere austragen will, die ja doch Großveranstaltungen sind, dass dann Kräfte zusammengelegt werden müssen. Und das hat man jetzt mehrfach versucht. Wir haben es ja auch schon bei Weltmeisterschaften gesehen. 2002 Korea und Japan haben ja zusammen die Weltmeisterschaft ausgerichtet. Also ich denke, das ist eigentlich eine auch praktische Entscheidung. Aber nicht nur, denn es war ja durchaus auch eine politische Entscheidung zu sagen, wir wollen mit dem großen Fußball auch mal nach Osteuropa gehen und es da versuchen. Jetzt sind die zwei gastgebenden Länder sehr unterschiedlich. Polen auf der einen Seite und die politisch schwierige Ukraine auf der anderen Seite. Könnte es, was die Stimmung angeht, vielleicht eine eher zweigeteilte EM werden? Vielleicht auch einfach, weil die Fußballstadien in der Ukraine nicht voll werden? Also ich glaube, dass alle Stadien mehr oder weniger voll sein werden. Aber es sind natürlich ungleiche Partner, die da zusammengebunden worden sind oder die sich zusammengetan haben. Man hat durchaus auch den Eindruck, dass da zwei Parallelturniere organisiert werden. Ich meine, wir haben natürlich auch eine Situation, dass wirklich eine Grenze durch dieses Turnier läuft. Eine reale Grenze, eine Schengen-Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Also das ist natürlich bei Holland und Belgien oder Österreich und der Schweiz schon logischer gewesen. Ja, viele europäische und deutsche Politiker denken über einen Boykott der Fußball-EM in der Ukraine nach. Die Bundeskanzlerin hat sich noch nicht entschieden, ob sie bei einem Spiel der Ukraine dabei sein wird. Ist denn aus Ihrer Sicht ein politischer Boykott sinnvoll? Also ich denke, man möchte keinen deutschen Politiker bei den Spielen in der Ukraine sehen. Also eben hat Ihr Korrespondent ja kritisiert, dass Sigmar Gabriel zum Eröffnungsspiel nach Warschau fährt. Warum man das jetzt kritisieren muss, weiß ich nicht. Aber dass man nicht in die Ukraine führt, ist ja für viele ausländische Politiker in Frankreich zum Beispiel inzwischen klarer Konsens. Auch bei vielen in Deutschland. Und ich denke, die Bundeskanzlerin sollte auch, selbst wenn die deutsche Mannschaft ins Finale kommt, dieses nicht besuchen. Aber hilft denn der Boykott Julia Timoschenko tatsächlich? Naja, es geht ja auch darum, klare Signale zu setzen. Man muss natürlich dazu noch sagen, die Europameisterschaft ist ja auch ein bisschen in das Land vergeben worden, dass unter Julia Timoschenko Orangene Revolution etwas im politischen Aufbruch gewesen ist. Da hat die UEFA, wenn man so will, Pech gehabt, dass sich die Veranstalt, dass sich das Gastgeberland politisch so verändert hat in den Jahren seit 2007, seit das Turnier vergeben worden ist. Und ja, man hätte allerdings vielleicht auch von der UEFA selber mal eine bisschen klarere Stellungnahme, sich in Fragen Menschenrechte in der Ukraine und in Richtung Julia Timoschenko wünschen können. Erwartet man denn von den Spielern Stellungnahmen und Meinungen? Ja, es hat ja welche gegeben. Es hat ja zum Beispiel von Philipp Lahm schon vor einigen Wochen ein Interview gegeben, in dem er seine Position letztendlich als Mannschaftskapitän der deutschen Nationalmannschaft auch stellvertretend für die Nationalmannschaft klargemacht hat. Ich denke, dass das angemessen war, auch wenn er davor von einigen Journalisten kritisiert worden ist. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man Spieler jetzt nicht damit überfordern, dass man von ihnen ständig zu politischen Fragen Stellungnahmen erwartet. Die Vorbereitungsspiele der deutschen Mannschaft waren jetzt nicht so wirklich vielversprechend, die Qualifikation allerdings schon. Wie kam es zu diesem, sagen wir mal, Absturz? Na, ich würde ihn nicht Absturz nennen. Teil einer Vorbereitung ist eben, dass man Dinge ausprobieren muss. Sie dürfen nicht vergessen, bei der 3-5-Niederlage in der Schweiz haben zum Beispiel alle Spieler des FC Bayern, deren Saison ja länger war mit dem Champions-League-Finale gegen Chelsea, was sie ja da tragischerweise im Elfmeterschießen verloren haben, die waren alle nicht dabei. Also diese ganze Vorbereitung stand schon auch ein bisschen unter einem etwas ungünstigen Stern. Aber wir haben ja den Bundestrainer eben gehört, der ja doch einen ganz zuversichtlichen Eindruck macht. Und den würde er, glaube ich, nicht machen, wenn er nicht die Überzeugung hätte, dass er im Training einen Fortschritt sieht, dass er da eine Entwicklung der Mannschaft sieht. Wie es dann wirklich kommt, das müssen wir natürlich dann abwarten, wenn es morgen gegen Portugal geht. Sie machen sich also keine richtig ernsthaften Sorgen, was die Leistung der Mannschaft angeht? Nein, also die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten zwei Jahren eigentlich einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht. Seit der schon sowieso sehr guten Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika hat es viele tolle Spiele gegeben. Eine fast perfekte Qualifikation, die nur mit Siegen bestritten worden ist. Das sind großartige Spiele gegen Holland und so weiter. Es mag sein, dass es vielleicht das ein oder andere Spiel dauern könnte, bis diese Mannschaft wieder ihre Form findet. Aber ich habe jetzt eigentlich keine grundsätzlichen Zweifel, dass das passiert. Könnte die Niederlage gegen die Schweiz vielleicht auch eine taktische Niederlage gewesen sein? Sie meinen so wie 1954 Sepp Herberger, der in der Vorrunde gegen Ungarn ein B-Team aufbot und dann 3 zu 8 verlor und dann im Finale 3 zu 2 gewinnt? Nein, also sowas gibt es nicht. Das war einfach eine Situation, die den Umständen geschuldet war. Die wichtige Erkenntnisse sicherlich auch zum Nachteil einiger Spieler, zum Beispiel von Borussia Dortmund zu Tage, gefördert hat. Aber nein, nein, also solche Taktiereien, die gibt es da nicht. Christoph Biem.